Musik 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 Ich glaube nicht, dass Aerosoft hier Steam auch noch das Geld in den Rachen stecken will. Das stimmt ja, ich denke mal die können es gut selber gebrauchen. Ja, aber ich werde da mal mit denen telefonieren mit der Aerosoft. Ich werde da mal eine Aussage zu haben wollen. Das stimmt natürlich, ja. Oh, ist das eng hier! Ja, mit so einem 15 Meter Bus ist es nicht so einfach um eine Kurve zu kommen. Ja, das stimmt natürlich. Da bin ich ein bisschen leichter, auch wenn ich trotzdem an manchen Kurven ziemlich weit ausrollen muss. Aber ich wollte noch keine aussteigen. Hallo. Hallöchen! Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Was ist eine Kurzstrecke, willst du sagen? 17.24 und ich stehe hier gerade am Domshof oder wie auch immer das heißt hier. Doch, Domshof. 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 Tatsächlich. Domshof. 17.24. Ich bin immer noch im Zeitplan, obwohl ich so schnell unterwegs bin. Ich bin auch pünktlich, sonst würde mir das auf dem Dashboard hier angezeigt werden. Komm, komm, nicht abwürgen. Danke. Oh, ich will einer aussteigen. Licht zu fassen. Umsteige Möglichkeit zur Stadtbahn. Genau. Kannst jetzt erstmal zur Stadtbahn gehen hier. Äh, Moment. Bin ich jetzt richtig gefahren? Ja, bin ich tatsächlich. Ich merke nur gerade, dass meine Flames in den Keller gehen. Das ist bei mir gerade auch so. Die sind gerade auch auf 15 runter gesunken. Sollte mal schalten. Hallo. 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 Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Ich muss hier leider einsteigen. Jetzt muss ich abrupt bremsen, oder? Nee, will keiner mit. Danke. Bitteschön. Eine Tageskarte, bitte. Ja, aber wohl erstmal mit 70 durch die Fußgängerzone heizen. Ja, korrekt. So machen wir das. Bitteschön. Keine Fahrkarte, bitte. Ja, jetzt wollen sie alle Karten kaufen, oder was? Ey, seid ihr eigentlich bescheuert? Könnt ihr euch nicht am Automaten einziehen hier? Das war natürlich wieder perfekt an die Haltestelle angefangen. Kann ich mal sagen. Genau. Das fragte ich an dem Set-Racer. Du kannst ja die Türen schon aufmachen, da stehst du noch gar nicht. Das stimmt, das mag ich bei dem Bus hier auch. Ich fahre meistens an die Haltestelle an und könnte schon vorher zum Stehen kommen. Türen schon auf. Gibt natürlich auch Nachteile mit sich. Wenn man da beispielsweise... Man muss halt aufpassen, dass die Fahrgäste dann nicht aus dem Bus rausfallen. Ne, das passiert nicht. Die bleiben eh stehen. Kannst du lieber am Mercedes-Fahrrad demnächst einen Blicker früher reinsetzen? Da haben wir schon lange um die Kurve gefahren. Ja, ich hab meinen Führerschein gewonnen, Manfred. Guck mal, jetzt bin ich hier aus dieser Rathauszone wieder raus und jetzt habe ich wieder konstante 25 FPS. Habe ich nicht. Äh, warte mal. Habe ich gerade echt ge... Oh. Ne, falsch. Meine Hintertür war glaube ich noch offen. Ja, tatsächlich. Ich bin gerade mit offener Hintertür gefahren. Das macht natürlich richtig Sinn. Ja. Ich muss sagen, dass das einem Busfahrer bei uns auch schon mal passiert. Das war zum Glück im richtigen Sommer und er ist gerade... Ach, Gang. Er ist gerade so an der Haltestelle. Ja. Er macht so die Tür zu, fährt los bevor die Tür überhaupt mal Bewegung zeigt. Fährt los und als die Tür fast zu ist, geht sie wieder auf und der fährt erstmal fast einen halben Kilometer mit offener Tür. Und da hat keiner was gesagt. Die fanden das alle geil. Jawoll! Frühschlumpf! Das fanden komischerweise tatsächlich alle geil, weil es in diesem Bus so unglaublich heiß war und der Bus keine Klimaanlagen hatte. Ja, das ist natürlich praktisch, ey. Wo kommst du denn jetzt hier? Hab dich nie gesehen. So, eine Minute Verspätung. Jawoll! Scheiße, hier muss wer raus. Ich hätte jetzt so schön... Ich hätte jetzt so schön drauf heizen können, aber allein... Hätte mir wieder ein Strich mit die Rechnung gemacht. Das ist eh normal. So, wenn du jetzt nicht wieder dein Gaspedal finden solltest, ja, dann überhole ich dich jetzt, ne? Wo sind wir denn gerade? Elisabethenstraße. Da bin ich auch gerade. 1730, ja, muss ich drei Minuten warten? Mein Gott. Dann warte ich ja mal drei Minuten. Erstmal einen Gang rausnehmen. Jetzt bin ich doch ein bisschen, äh, sehr auf dem Gas gewesen. Meine Fresse! Elisabethenstraße bist du gerade? Ja. Oh, dann bist du ja eher da wie ich. Ich bin laut Fahrplan um 17.45 Uhr da. Äh... 18 Uhr irgendwas. Also in einer Viertelstunde praktisch. Okay, nicht sein, warte mal. 17.55 Uhr bin ich da. Dann hätte ich doch die zehn Minuten Fahrten sollen, ne? Naja. Naja, man kann's ja halt nicht vorher wissen. Was war denn jetzt so los? Okay. Ach, ich verstehe. Ich hab grad, äh, aus Versehen den Gang eingelegt, ohne das, äh, ohne die Kupplung zu, äh, zu treten. Na, hast du einen schönen Gruß vom Getriebe gekriegt? Äh, ja, und, äh, der Bus ist erstmal einen halben Meter nach vorne gesprungen. Hat sich dann wieder verabschiedet. Meine Fresse, ist hier ein Stau. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich komm nicht weiter. Ich glaub, ich produziere gerade auch. Ja, geht. Sollte mal vielleicht einen Warmlinker was machen, dann fahren die vorbei, oder? Also, liebe Zuschauer, das könnte etwas später werden heute. Planmäßig waren die angesetzt, nach einer halben Stunde. Naja, mal gucken, ne? Also, wenn ja nicht bald irgendwas passiert, dann wird das ein bisschen eng, weil ich seh doch, ich seh zwar da vorne das Haarschild für die Haltestelle, aber ich bin doch noch lange nicht angekommen. Sehr geehrte Reisenden, wir entschuldigen diese kleine Verspätung, Ihre Deutsche Bahn. Ah, endlich, fährst du mal, ne? Hast du den Hut abgenommen wohl? Soll ich jetzt noch die zwei Minuten warten, oder soll ich weiterfragen? Ich weiß nicht. Ich glaub, ich warte die zwei Minuten noch eben. Ja, wir kommen besser. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, hier ist eine Karte, hier ist ein Rückgeld, tschüss. Hallo. Manfred. Manfred. Manfred, was willst du? Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Der will lauter Kleingeld haben. Das ist eine Tageskarte. Tschüss. Habe ich keine Zeit mehr für, ich bin ja jetzt schon zu spät. Ich bin, ich muss da gerade tatsächlich noch ein paar Minuten warten, weil ich zu früh dran war. Ah, wieso muss ich jetzt abbiegen? Huch. Oh. Da habe ich jetzt so leicht den Wallstein mitgenommen. Ich fahre nicht scheiße, ich biege ab. Kickdown. Zwei Minuten Verspätung. Du brauchst dich da gar nicht vorbeischummeln, daneben. Nächste Haltestelle, Preußenstraße. Umsteigemöglichkeit in Richtung Rheinaue und Gellenberg. Uh, war das knapp. Hat da wieder einen Blinker rausgeschmissen und gleich rübergezogen hier. Hallo. Oh, ist es zu warm wieder in der Karre, oder? Ja, weißt du was, ihr könnt mich auch mal, ne? Zu kalt, zu warm, zu kalt, zu kalt, zu warm. Leck mich doch alles. Jetzt kenne ich irgendwie, wie warm ist das denn gerade bei mir? Hä? So 17 Grad, das war noch gerade eben noch 19, war das? Ja, die Standheizung geht gerade rückwärts. 28 Grad. Könnte ich mal die Klimaanlage anschmeißen, ne? Ich will gar nicht wissen, wie warm es jetzt im Lion City, in dem normalen wäre. Weil bei dem ist es ja, dieser Fehler der Motor überhitzt so leicht. Und wenn man den Motor dann enthitzt, dann wird es ja im Fahrgastraum so schnell warm. Aber das ist ja jetzt mittlerweile auch schon lange behoben, glaube ich. Nee, ist das nicht. Ich habe mir gestern die neueste Version, also diese Version vom ersten deutschen Truck Forum, oder wie das heißt, geladen. Truck Sim Forum, ja. Truck Sim Forum, ja. Truck Sim Forum, ja. Und da ist der Fehler immer noch. Okay. Nächster Halt, hoher Garten. Gang, bist du drin? Ah. Boom. Jetzt habe ich dich mitgenommen. Ich weiß ja was, jetzt schiebe ich dich einfach nach vorne mit, so. Oh, das war gerade ein sehr schönes Echo. Haben sich Fahrgäste beschwert. Eine Frau hat gesagt, sie fahren aber schlecht. Und der Mann hat gesagt, können sie nicht vorsichtiger fahren? Und da haben zwei auf einmal gesagt, und es war so ein kleines Echo. Ja. Ziemlich interessant. Oh, gut. Das ist mir hier auch gerade passiert. Guck, jetzt steigt doch mal alles schneller aus hier. Das kann doch nicht. Boah, wie viele Leute waren da drin, ey? Wie heißt denn hier die nächste Haltestelle? Juliansberg Süd. Ja, das wird jetzt auch interessant. Wieso ich mich denn da wieder raus navigiere, ey? 17.35 Uhr. Ja, da bin ich ja noch in der Zeit dran. Drei Minuten Verspätung. Ja, ich bin eigentlich noch zwei Minuten zu früh dran. Eigentlich einer. Ich habe schon den Rückwärtsgang und alles drin, aber die Leute steigen jetzt seit fünf Minuten aus hier. Das ist doch... Da sind zu viele Leute drin in dem kleinen Bus. Und die gehen immer nach vorne. Hoher Garten? Ja. Ja, gehst du jetzt zu, du Typ? Jawoll! Ey, du stehst mich im Weg. So. Und jetzt geht es darum, da irgendwie rauszukommen. Und haben wir viel Spaß. Ja, ich fahre. Ja, ich habe ein Fahrstil. Glaubst du, dass es die Hälfte genug ist? Ja, ich weiß es. So, passt. Unvorstellungen weggeräumt, ne? Ne, 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 ne. Ich habe auch keine Schuld. Vier Minuten Verspätung. Ja, scheiß drauf. Oh. Sieht mir so aus, als wenn sich mein Bus gleich bei mir bedanken wird. Ich halte das Ding grad voll auf 100. Weil hier einfach freie Strecke ist. Oh, ja. Da sind wir schon bei 100. Und die Drehzahl, die ist gerade auch ziemlich hoch. Ja, schon bei fast 22.000 Umdrehungen. Äh, Quatsch, 2200. Ah, 22.000 Umdrehungen. 22.000, das wäre natürlich der Klassiker, ey. So, jetzt haben wir wieder angenehme 22 Grad in der Hütte hier. Also die Klimaanlage, die macht da doch was, ne? Ist der jetzt hergelaufen oder muss ich jetzt so ein Stückchen zurücksetzen? Ne, der kommt hergelaufen. So, jetzt kann ich dann aber gleich mit 80 durch die Fußgängerzone hier fahren, glaube ich. Ansonsten kriege ich nämlich die Verspätung hier nicht mehr raus. Oh, ich hab ganz vergessen, Skype auszumachen. Praktisch, praktisch, praktisch. So, und an die stehenden Fahrgäste jetzt bitte, bitte setzen Sie sich hin. Das könnte eine schnelle Fahrt werden. Hallo. Wenn die Ausstellung wieder einsteigen. Bei mir stehen überhaupt keine Fahrgäste, mein Bus ist ziemlich leer, finde ich. Guten Tag. Ich hab grad so ne Schnellstraße hier und da halte ich jetzt erstmal in dem Bus wieder voll auf 100. Ja, könnt's ja machen. Ich halte's ja in der 30er-Zone. 60 haben wir ja schon drauf. Die Blitzer werden sich freuen. Ja, das ist wirklich jetzt so Gas, Bremse, Gas, Bremse, Gas, Bremse. Ist eh keiner. Weiter geht's. Oh, jetzt bin ich bei 100 angekommen. Oh, ich glaub die Ampel da vorne ist rot. Scheiße, die Ampel ist rot. Na, dann rein in die Eisen. Ach, hier wär eh ne Haltestelle gewesen. Nächste Haltestelle. Dumshof, Rathaus, Bahnhof. Umsteigemöglichkeiten zu allen Buslinien sowie zur Stadtbahn. Zur Altstadt und zur Erfolge. Von der rasanten Fahrt, den erfährt jetzt natürlich wieder jeder. Ja. Oh, ist das gerade ein Ruckkonzert hier. Boah, jetzt holen die alle mit mir mit. Ach du Scheiße. Du hast nen Doppeldecker. Hallo. Hallo. Oh, ich sollte... Ich vergesse irgendwie dauernd zu schalten. Tschüss. Hallo. Hallo. Ja. Und alle wollen sie ne Karte haben. Ich krieg zu viele. Aber müssen sie sich schön in einer Schlange aufstellen. Warum wollen die jetzt alle aussteigen? Okay, die wollen alle aussteigen. Hab ich kein Problem mit. Also, äh, freiwillig. Ich hab die nicht dazu gezwungen. Ich hab sie auch nicht dazu gezwungen. Man braucht ja nur ein Auto anstöpseln. Dann steigen die freiwillig alle aus. Ja, das wollte ich dazu mit, äh, mitzwingen. Die sind gerade ganz voll alleine freiwillig ausgestiegen. Ohne dass ich nachhelfen musste. Ja. 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 Ja.